Moin, herzlich willkommen hier zur Donnersters Ausgabe Let's Play LS17 hier auf der nordfriesischen Marsch, 4-fach-Map Version 1.9, ohne Graben. Wir sind dabei, sammeln hier alles mögliche, was wir an Material brauchen. Zum Hauserbau wollte ich gerade sagen. Nein, völliger Quatsch. Wir sind hier am Silagepressen und laden das hier in unser neues Lager ein, sozusagen. Und das alte Lager steht hier und das machen wir nämlich jetzt leer. Ja. So, Lageballen sind nicht drin. Die Ballen sind noch drin. Ja, war ja nur Silage und das hier. Und da lagern wir mal jetzt alles aus, was irgendwie geht. Zack. 72 Stück. So. Und wir versorgen natürlich jetzt hier erstmal die Kraftfutterproduktion. Gucken. Ja, ist richtig. Und wenn die genug hat, dann bringen wir den Rest ins neue Ballenlager. Und dann kümmern wir uns mal um die Ballen, die auf Feld 11 sind. Oh. Zack. Zack. Nächsten holen. Wenn wir hier bloß so viel wie möglich machen können. und dann kleid. Dann komme ich Lochen. Und dann komme ich da. Und dann kann ich sogarballs. Und dann bin ich auch 50 uhr Pfergebob怪 wirklich. Dann kommt die Faculty-Bereich-Urall Friendship-Kart. Einmal richtig schön voll machen, hier. Hier nehme ich kein Kraftfutter mehr. Oh oh. Oh, das ist ein paar. Erstmal richtig voll machen. So, weiter auslagern. So, weiter auslagern. Wie auch immer Machen wir auf jeden Fall Oh, Big M sollte aufgetankt werden Oh, Big M. Wieder die Nummer Aussteigen Hochheben Ja, ja, ja Kennen wir ja alles Das passt hier also nicht mehr rein Dann kriegen wir das hier ins Lager Da hinten sind sie Alles gut Mal kurz Wie weit wir da kommen Was für ein Affenzahn das geht Echt beeindruckend Schön, dass Rundballen da nicht angenommen werden Aber da hinten schon Halt Schon mal wieder auslagern In 50 Stück noch Können wir ja schön alle auslagern Jetzt kriegen wir die auch ganz schnell hier weg Was für ein Affenzahn Das ist ein Affenzahn Da wird man ja besoffen bei hier. Ja, die paar kriegen wir da auch locker noch rein. Das sieht doch schick aus. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wohin die denn ausgelagert werden. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Jetzt brauche ich ja noch Silageballen. Ja. Okay. Ja, das sind aber ja jetzt 1,30er Ballen, ne? Das waren jetzt ja vorher auch schon, weil ich die ausgelagert habe. Ja, richtig. Oh, ich stehe doch nicht im Trigger. So. Ey. Danni? Das musst du ändern. Das ist sonst nervig. Das ist sonst echt nervig. Danni? Ja. Danni? 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 Das ist ätzend. So, es sind immer jeweils 80.000, die ich da raushol. Beziehungsweise eine Ladung von mir sind immer 110.000. So, es ist ja okay, dass man hier so eine Schutzzone hat. Ja, ist richtig. Aber die muss ja nicht so riesig sein. Wo überhaupt nichts hingespawnt wird. Wenn auch nur 16 spawnen, finde ich auch ein bisschen wenig. Aber naja, wie dem auch sei, kann es nicht ändern. Also gerade jetzt ist es zum Beispiel mega nervig. Jetzt muss ich da nämlich gleich nochmal lang. Also ne, da muss was geändert werden. Da muss definitiv was geändert werden. Ja, ihr habt es gehört. Die Folge ist vorbei. Ich freue mich über jeden Like, jeden Kommentar und auch jedes Abo natürlich. Kommt mich auch gerne bei Facebook besuchen und auf meiner Homepage. Und ich muss gerade mal eben gucken. Heute ist Donnerstag. Wenn ich das richtig sehe. Heute um 12.00 Uhr gibt es neues Video. Let's Fly X-Plane 11. Und heute wagen wir uns an die Platzrunde. Wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht. Dann schaltet ein. 12.00 Uhr. Hier bei YouTube. Und in diesem Sinn sage ich mal, ciao. 1.00 Uhr.